Aus Harry Potter und die Widersprüche der Kulturindustrie Eine ideologiekritische Analyse von Melanie Babenhauser Heide Harry Potter bezaubert die Welt, wie sie ist Kapitel 4 von Neid, Geld und Waren in der zauberhaften Ökonomie 4.4 Nostalgie und Fortschritt Wie oben angesprochen gibt es eine grosse Ausnahme, was die Erwähnung von Arbeit betrifft Der Zauberstabsverkäufer Oli Wendor und später auch sein Kollege Gregorowitsch scheinen die Zauberstäbe in Handarbeit herzustellen Ihre Arbeit wird aber keine Beschreibung gegönnt Man weiss nicht einmal, ob sie Angestellte oder Assistenten haben Nur, dass Oli Wendor nicht nur Zauberstäbe verkauft, sondern auch herstellt Vormoderne und kapitalistische Elemente Diese Inschrift verweist auf mehreres Offenbar handelt es sich um ein Familienunternehmen Dieses ist nicht nur alt, sondern auch altmodisch, wie die abblätternden Lettern andeuten Im Gegensatz zu den in dieser Welt deutlich moderneren Leuchtschriften Oder der späteren spektakulären Werbung für Weasleys zauberhafte Zauberscherze Dem Geschäft von Rons Brüder Damit steht Oli Wendor, der einzige, dessen produktive Arbeit explizit thematisiert wird In einer Tradition, die eine vorkapitalistische ist Die noch keine Massenproduktion darstellt, sondern EO in dem Bereich der Handwerkszünfte fällt Während alles andere, was man in der Harry Potter Reihe über die Arbeitswelt in der Zauberwelt erfährt Kapitalistisch strukturiert zu sein scheint Dafür spricht neben vielem anderen das schneller, weiter, besser Programm Der ständig zu aktualisierenden Zauberbesen Aber auch, dass jeder vor der schwierigen Aufgabe steht Seines Glückes Schmied sein zu müssen Wie die Weasley-Zwillinge, die selber ihre Wahl treffen und dann als Unternehmer sehr erfolgreich sind Aber auch stets das Risiko tragen, pleite zu gehen, wie ihre Konkurrenten von Zonkos Dem Scherzartikelladen in Hogsmeade Damit verdeutlicht sich eine der grundsätzlichen Eigenarten der Harry Potter Reihe Das Fantasy Genre lebt, gemäss der ihm eigenen Formensprache und seiner Fokussierung auf Magie, Hexen und Drachen usw. Die Harry Potter Reihe versucht demgegenüber einen deutlichen Anschluss an die Jetztzeit Gleichwohl hält sie das Moment des Nostalgischen hoch Die Zauberschule Hogwarts ist ein mit Kerzen und Fakten beleuchtetes Schloss Schlösser stehen nicht nur für vergangene Zeiten Und vermitteln anders als armselige Bauernhüttern den Eindruck, dass man sich in ihnen auch hätte wohlfühlen können Sondern wirken auch weniger kalt und glatt als Plattenbauten Sie scheinen mehr Ecken und Kanten, mehr Raum für Verborgenes zu haben An ihnen rutscht die Fantasie nicht ab Kerzenbeleuchtung wird heute eigentlich nur bei Stromausfällen als anachronistisch betrachtet Ansonsten als romantisch Das ist nicht nur eine Frage von Kitsch und Klischees wie im obligatorischen Candlelight-Dinner Sondern der Unterschied zum Neonlicht besteht vor allem darin, dass es sich um ein weicheres und lebendigeres Licht handelt Starres Neonlicht leuchtet jede Hautunreinheit aus Kerzenlicht hingegen schmiegt sich an die Menschen und Dinge, gibt ihnen weichere Konturen und Kontraste Teile verbergen sich im Schatten, Lichtspiele lassen die Dinge funkeln und glitzern, anstatt sie auszuleuchten Inumerable candles were hovering in mid-air over four long, crowded tables, making the golden plates and goblets sparkle Mit anderen Worten Kerzenlicht lässt mehr Raum für Geheimnisse und ist zärtlicher als das, was wir als Alltagslicht aus der Arbeits- und Schulwelt gewohnt sind Dadurch, dass es sich um magisches Kerzenlicht handelt Die Kerzen schweben in der grossen Halle Werden die Nachteile von Kerzen- und Fackelgebrauch für alltägliche Beleuchtung Wie etwa Ruß, tropfender Wachs oder die Notwendigkeit, das Leuchtmittel ständig zu ersetzen und vor Zugluft zu schützen Ausgeblendet Des Weiteren wird Hogwarts mit Kaminen beheizt, die ebenfalls ein Symbol für Romantik und Gemütlichkeit darstellen Und wiederum die Vorteile von Zentralheizungen ausblenden Das Schloss ist im Winter kalt und im Sommer heiß Es gibt nicht gerade eine Klimaanlage Das mag einerseits einer erfahrungsarmen Standardisierung entgegentreten Unter der Menschen in klimatisierten Räumen leiden Vor allem jedoch gilt Elektrizität in der Logik der Harry-Potter-Reihe Nur als ein Hilfsmittel der Muggel, um ihre fehlenden magischen Fähigkeiten auszugleichen Das Bild der magischen Welt ist zugleich Zitat Dietmar Tart und Barbara Kirchner Verkleidete Technofiktion Zitat Ende Rons Mutter braucht keine Mulinetten, Spül- oder Strickmaschinen Weil sie mit Hilfe von Magie strickt, kocht und putzt Der sepiafarbene Anstrich Die Nostalgie dient aber hier weniger stark als etwa in The Lord of the Rings dazu Die moderne Welt zu verteufeln Und es bedeutet in gewisser Weise einen Genre-Fortschritt Nicht mehr einfach zurück ins bäuerliche Auenland zu wollen Sondern gibt der weltlichen Konkurrenz einen sepiafarbenen Anstrich Ganz ähnlich wie die Landliebewerbung darüber funktioniert Dass sie in verklärten, altmodischen Bildern suggeriert Es handele sich bei ihrem Joghurt nicht um Massenproduktion Sondern die Herstellung fände ohne jede Massentierhaltung Per Handarbeit in einer ländlichen Küche statt Natürlich lebt das Bild von der guten alten Zeit Und dem einfachen Landleben vornehmlich davon Dass man nicht darin leben muss Es spiegelt, wenn auch häufig in konservativer oder reaktionärer Art und Weise Die Sehnsucht wieder von den heutigen Zwängen Und der Komplexität der Moderne frei zu sein Doch wenn diese Sehnsucht rückwärts gewandt ist Und sich einer Verklärung vom Leben ohne technische Hilfsmittel bedient Dann wird sie nicht nur zum Deckmäntelchen der wirklichen Probleme Sondern die Vorstellung Zitat Wolfgang Port Dass das Leben früher natürlicher und gesunder war Damals in der guten alten Zeit Als noch Pest und Cholera die Bevölkerungslawine dämpften Oder Alterskrankheiten weitgehend unbekannt waren Weil der Durchschnittsmensch mit 30 starb Zitat Ende Kann Symptom einer tiefsitzenden Zivilisationsfeindschaft sein Dieses wird freilich in der Harry Potter Reihe Ein bisschen weniger unterfüttert Als in vielen anderen Erzeugnissen des Fantasy Genres Eben weil Magie hier zugleich Substitut des technischen Fortschritts ist 4.5 Zwischenfazit Durch die literarische Ausgestaltung des Familienromans Erleichtert die Harry Potter Reihe den Einstieg in die magische Welt Indem sie an ein weit verbreitetes Fantasiemuster von Kindern anschließt Den besonderen Stellenwert, den der geschwisterliche Neid darin einnimmt Wird überführt in die fiktionale Bearbeitung gesellschaftlicher Konkurrenzverhältnisse Was eine Verkittung individueller Fantasietätigkeit Zur Ablösung von den Eltern mit gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen darstellt Im Verhältnis zwischen Harry und Dudley Wird der Verfall des Gebrauchswerts bildlich dargestellt und problematisiert Jedoch über die Personalisierung und das positive Gegenmodell Von Harrys Bescheidenheit von gesellschaftlichen Mechanismen abgekoppelt Und moralisch als Charakterschwäche verurteilt In Harrys Beziehung zu Draco Malfoy wird der kritische Impuls umgekehrt Harrys für kapitalistische Erfordernisse dysfunktionale Bescheidenheit wird in der Rivalität mit Draco überwunden Die Reduktion magischer Waren auf ihre Funktion als Statussymbol und ihre Vergleichbarkeit wird zum Mittel in der Konkurrenz zu bestehen Das Konkurrenzprinzip wird dadurch vom Text affirmiert und mit der Verurteilung von Gio und unverdientem Luxus verbunden Dennoch bleibt Arbeit in der Produktionssphäre unsichtbar Dieses Ausblenden produktiver Tätigkeit, das dem Mythos vom Ende der Arbeitsgesellschaft entspricht und das inkonsistente Verhältnis von Magie, Lohnarbeit und Armut führen dazu dass die Erzählung in wahren Fetischismus und Mystifikation befangen bleibt und die kapitalistischen Strukturen verdoppelt und hyperstasiert werden die so als alternativlos erscheinen Durch die Darstellung der magisch belebten Gegenstände wird jedoch auch ein Animismus entfaltet der das Besondere, das sich der kapitalistischen Tauschlogik entzieht, betont Dadurch findet innerhalb der kapitalistischen Parameter eine Verklärung statt in der zugleich ein utopisches Versprechen aufscheint Der nostalgische Anstrich, den Rowling dem magisch-technischen Kapitalismus gibt enthält zwar eine rückwärtsgewandte und tendenziell auch reaktionäre Sehnsucht nach der Zeit, als einem ein Handwerker noch den Zauberstab persönlich angepasst hat und Kerzenschein und Schlösser Geheimnisse offen liessen entspricht jedoch nicht im üblichen Maße deren Fantasy-Entwürfen angelegten Zivilisationsfeindschaft Die Erzählung wendet sich gleichsam gegen eine Standardisierung der Welt und gegen alltägliche Banalität ohne auf technischen Fortschritt zu verzichten und ohne in ein reaktionäres Bekenntnis zu Feudalismus oder Monarchie abzugleiten In der gelungenen Mischung aus Kapitalismus, technischem Fortschritt und Nostalgie in der magischen Welt werden allerdings alle drei Elemente überhöht In ihrer Idealisierung schwingen auch ihre Versprechen und Möglichkeiten mit in dem das Leiden am Neuen wie am Alten in den Hintergrund tritt tendiert die Beschönigung zur Aufmerzion und auch die Abenteuerung und die Schwingungen zu am Neuen wie am Alten in den Teil des Töne die Schwingungen der Regelung und die Schwingungen der Regelung